Ja, Florian, ein voller Tag hier bei Samsung in Schwalbach neigt sich dem Ende zu. Wir haben eine Menge gesehen heute, angefangen bei Digital Signage in New York, ganz viel gesehen, wie man Räume gestalten kann mit digital, haben viel über Samsung Aufstellung und Strategie gelernt, sind ein bisschen in die Technik, zur LED reingegangen. Dann hatten wir natürlich das Highlight, der Launch von Samsung The Wall for Business, hier Deutschland Premiere, um das Ganze dann nochmal abzuschließen mit so einem kleinen LED Best of Around the World. Ja, ich habe viel mitgenommen heute, ich fand es einen super spannenden Tag. LED-Wände sind immer wieder beeindruckend, die Farben, die Kontraste, macht einfach was her. Ja, wir haben wirklich einen aufregenden Tag hier gehabt. Wir durften The Wall for Business zum ersten Mal hier sehen. Wenn Sie es auch sehen möchten, 17. bis 19. Juni kann man das neue Produkt auch bei RAV Lang, bei den AV Innovation Days in Lindlar bei Köln betrachten, sonst natürlich hier im Showroom. Ja, für uns war vollgepackt, sensationell viel mitgenommen. Und wir packen jetzt unsere Koffer wieder und fahren wieder zurück nach München und demnächst in die ganze Welt und freuen uns, noch viel, viel mehr spannende Projekte zu bringen. Superklasse, vielen Dank! Superklasse!